Willkommen zurück, let's play minecraft. So, genau, wir wollen noch ein bisschen weiter hier die, äh, die Steinchen abbauen, denn wir brauchen ja für unsere bescheidene kleine Hütte brauchen wir ja Steine. Und da möchte ich doch gerne ein paar Steine haben. Wenn wir schon einmal hier sind, können wir das auch abbauen. Oh, da ist Eisenerz. Ich werde bekloppt. Eisenerz, 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 Eisenerz. Je mehr Eisenerz, desto besser. Das brauchen wir nämlich auch noch. Cool, was wir so finden zwischendurch. Da unten ist auch nochmal Eisenerzig gerade. Na, ist hier vielleicht noch was? Na, meine kleinen Steine, alles klar. Ne, diesmal. Blub, 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 oh, Entschuldigung. Oh. Okay, unsere Spitzhacke ist, wird das natürlich doof. Das heißt, wir müssen eine neue bauen. Und erstmal gucken, vielleicht können wir auch erstmal. Ich habe auch in der letzten Folge gesagt, bitte schreibt mir unter dem letzten Video oder unter diesem Video bitte gerne mal, äh, äh, ob wir mal zwischendurch in den Creative-Modus wechseln. Ja, das sieht schon voll gemütlich aus. Ähm, ob ihr da Interesse habt, dass wir da vielleicht doch ein bisschen bessere Chancen haben. So, da haben wir nochmal eine Spitzhacke, die nehmen wir nochmal mit. Das ist eine Steinspitzhacke. Ähm, ist egal, davon nehme ich zwei mit, weil wir werden sowieso ein paar, ein bisschen mehr brauchen. Ähm, den Apfel tue ich auch hier rein wieder. Das Schweinefleisch, also rohe Schweinefleisch. Können wir nochmal auf den Grill legen. Ich habe schon wieder Dings mit. Ich habe schon wieder, ich sehe es gerade. Schon wieder dieses, dieses doofe, verrottete Fleisch. Ich weiß gar nicht, wisst ihr, was man damit machen kann? Ich habe damit keinen, lass den Schimmer. Ich weiß nicht. Ähm, so, dann wollen wir mal eben hier das rohe Schweinefleisch auf den Grill legen, auf den Grillrost. Ähm, und wollte mal einen Zaun, wollte ich eventuell mal bauen. Was brauche ich denn dafür? Ich brauche Stickies. Das kriegen wir hin, Stickies kriegen wir hin. So. Und ich brauche Holz. Und Stickies und Holz und Stickies und Holz und Stickies und Holz und Stickies und Holz. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ab, neun, zehn, 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 zwölf, machen wir zwölf. So. Ähm. Weil ich würde mir gerne hier rum einen Zaun bauen. Huch. Ach. Ich bin auch vollkommen bescheuert. Ich bin sowas von bescheuert. Ich habe mir jetzt zwölf Türen gebaut. Na hallelujah. Das ist natürlich super. Reflex, du bist ein ganz großer Held. Ich habe mir zwölf. Ich weiß gar nicht, was ich mit zwölf Türen soll. Das ist doch... Oh mein Gott, ich hole. Ich sollte vielleicht mal vorher lesen, was ich da tue. So. Jetzt aber. Da brauchen wir noch viel mehr von, ne? Ja, ja, klar. Viel, viel mehr brauchen wir davon. Viel, viel mehr. Aber das sieht schon... Oh nein, das wollte ich nicht. Nein. Oh. Jetzt habe ich es schon abgebaut. Ja, das kann ich vielleicht nochmal irgendwo einsetzen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass es irgendwo anders weiter wächst. Na. Pflanzen. So. Das war jetzt aber nicht gewollt, dass ich es da abreiße. So. Zack. Huch. Hallo. Na so. Naja, gut. Reicht erstmal fürs Erste. Aber das sieht schon wesentlich gemütlicher aus wie sonst. Ja. Das ist schon... Schon viel wert. So. Leder haben wir auch wieder jede Menge. Ähm... Das mit den Türen, das riecht mir jetzt so auf, dass wir echt zwölf Zauntore gebaut haben. Das heißt, ich brauche nochmal ein wenig Holz. Hier ist nochmal ein Bäumchen. Das können wir nochmal abhacken. Holz. Jede Menge Holz. Holz. Ich bin ein fleißiger Holzfeller. Fideralala. Fideralala. Fideralalala. So. Was haben wir hier? Uah. Holz. 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 So. Geh weg. Da ist... Oh. Da ist, glaube ich, ein Boomer. Oh. Hoppala. Da ist ein Boomer. Ich weiß nicht. Die Zeit vertreiben habe ich gerade eine Trophäe erhalten. Ich hoffe, der tut uns nichts. So. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich schleiche mich mal hier so durch den Dschungel. Oder war er so ein Leopard? Ich weiß es gar nicht. Ich kann mal ein bisschen hier so Dschungelholz mir schnappen. So. Da oben ist er. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Da ist auch nochmal Dschungelholz. Wir machen mal ein bisschen mit. Oh. Ich hoffe, er tut uns nichts. So. Ich glaube, das mit dem Holz, das reicht jetzt erstmal. Aber cool, dass es sowas auch gibt. Das wusste ich gerade nicht. Das ist mir jetzt neu. So. Dann wollen wir mal... ...weitere Zauntore bauen. So. Dann machen wir mal hier ein paar Stickys. Die brauchen wir schon. Uah. Die brauchen wir schon unbedingt. Hey, 26 Zauntore. Zauntore wollte ich jetzt schon sagen. 26 Zäune. Zauntore. Zau dir nicht. All die nie. Mann, du. Er nicht, du. Du kleiner Furz. So. Das ist schlecht geplant. Reflex. Das ist sehr schlecht geplant. Na, egal. Warum? Lass mal so. Ist ja nicht so schlimm. Ich weiß wohl, dass man auch... ...dass man auch Hühner und Hühner und Kühe und sowas halten kann. Ich weiß aber nicht, wie das funktioniert. Das ist, wie gesagt, da könnt ihr mich gerne aufklären. Alter, das ist das. Ey, das wird so ein Mammutprojekt hier. So, ich habe Hunger. Man könnte ja... Ach, man kann ja nicht über die Zäune springen, natürlich. Über solche Blöcke, die fast genauso hoch sind, da springt er. Aber über Zäune. No. Das ist... Komm her. Ja. Huch, wo ist es hin? Habe ich es eingesammelt? Ich hoffe mal. So. So. Es hat doch schon seit längerem nicht mehr geregnet, fällt mir gerade auf, ne? Weil angeblich regnet es ja hier auch. Oder zwischendurch soll es ja regnen. So. So, jetzt packe ich die Zäune mal weg. Das reicht mir erst mal. Das haben wir schön gemacht. So, wir werden jetzt... Wir haben so viel Stein und alles. Eisen, jetzt werde ich auch mal an die Seite packen. Oder beziehungsweise können wir da ein paar... Ähm... Huch. Können wir da ein paar Eisenblöcke, wieder Eisenbarren wiederherstellen, wenn wir schon einmal dabei sind. So. Na. So. Ähm... Na. Glaubst du mal? Ist ja sowas möglich. Ähm... So. Zack. Und zack. Das da. Die Stickies packe ich erstmal da oben rein. Das Fleisch kann ich auch gleich anschließend auf den Grill schmeißen. Ich bin gerade echt am überlegen, ob wir gleich schon anfangen, unsere Hütte zu bauen. Unsere Wohnung. Das, ähm... Dürfte mit dem Stein in Eigentlichkeit... Was? Wer schickt mir denn jetzt ein SMS? Ja, gut, Ruhe. Ähm... Achso, das seht ihr. Den Baum wollte ich auch noch da reinpacken. Da haben wir schon fünf Bäume schon wieder. Was sagen die Eisenbarren? Die brauchen ein wenig. Wie sieht's denn draußen aus? Draußen wird's Nacht. Das ist schon mal super. Da können wir morgen den morgigen Tag sofort neu beginnen. Und zwar indem wir... Ja, ich würde sagen, anfangen, unsere Hütte zu bauen. Ich schau mal eben, was können wir denn mit den Steinen? Können wir was mit den Steinen machen? Können wir da nicht... Können wir da nicht... War nicht da irgendwie mal was mit... Mit, dass wir da... Was? Ähm... Ähm... Sandstein, glatter Stein. Braustand gibt's auch. Aha, okay. Das, 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 das. Aber ich mein, man konnte doch... Steinziegeltreppe... Ja, wir können eine Treppe bauen. Ja, super. Hey, geil. Uh, cool. Was sind denn das für Steine? Das ist... Ach, Pflastersteine. Ja, gut. Das können wir lassen. Das ist jetzt nicht so, so tragisch. So, ich werde nochmal jetzt hier das Fleisch auf den Grill hauen. So. Dann die Eisenbarren wieder reinpacken. Doch, da haben wir sie. Da haben wir nochmal Glitze. Ich seh's gerade. Das heißt, wir können ja theoretischerweise doch eine Suppe machen. Das hab ich voll übersehen. Das machen wir jetzt noch eben schnell. Es ist sowieso Nacht geworden. Wo hab ich jetzt die Schalen? Da, die Schale. Da hab ich die Schale. So. Das kann man nämlich dann auch machen. Yeah. Wenigstens eine Suppe haben wir gebaut. Das ist super. Die packe ich mir mal hier rein. So. Dann packen wir das wieder zurück. Und, ähm, den Pilz auch. Fackeln dann noch da noch. Und dann gehen wir jetzt schlafen. Würde ich sagen. Ja. So. Ein neuer Morgen, ein neuer Tag. Die Nachbarn stehen wieder vor der Tür. Machen wir da Randale gleich. Gott sei Dank. So. Ähm. Immer dieses verrottete Fleisch. Ja, ich kann das nicht. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich weiß. Ich kann es nicht mehr sehen. Dieses verrottete Fleisch. Das ist so eklig. So. Ähm. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt erstmal ein schönes Fleckchen. Wir sind gut ausgerüstet mit. Alter. Mit, ähm, ja, genug Essen. Genug Ressourcen. Und ich würde sagen, wir suchen uns jetzt ein nettes Fleckchen, wo wir, wo wir hingehen können. Ich finde auch dieses, dieses, ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt auf den, auf den Creative-Modus wechseln könnte, so einfach nur so schnips und fertig. Wäre das so geil, denn dann könnte man jetzt so einfach mal von oben so mal gucken und sagen, ja, hey, die Ecke gefällt mir richtig gut. Das ist richtig toll. Weil ich würde doch schon gerne eine Ecke finden, wo wir, hm, wo wir Holz genug haben, wo wir am Wasser sind. Ja, vielleicht ein bisschen Strand ein wenig. Das sieht da hinten aus wie so eine riesige Kirche in der Ferne. Das sieht ganz komisch aus. So. Ähm, mal ein kurzer Blick auf die Uhr. Alles klar. So. Auf jeden Fall... Oh, hier ist doch schick. Hier ist doch schick. Hier ist doch auch schick. Viele Bäume. Aber da hinten fängt das Schneegebiet. Also im Schneegebiet möchte ich nicht das, äh, sei mal so dahingestellt. Da sind schon wieder so viele Berge. Da hinten ist die Wüste. Ich werde mal in diese Richtung wandern. Ab in den Dschungel. Ach ja, fängt jetzt übrigens wieder bald an, oder ist schon. Ich weiß gar nicht, wann das Video ausgestrahlt wird hier, was ich jetzt aufnehme, aber geht ja bald wieder los. Hier das Dschungelcamp. Jetzt im neuen Jahr. Und ich glaube, da würden mich für kein Geld der Welt, würden die mich da reinkriegen. Für kein Geld der Welt. Beim besten Willen will ich noch nicht mal als für eine Million. Beim besten Willen nicht. Ja, also RTL, falls ihr anruft, ja. Nein, ich gehe da nicht rein. Ich meine, okay, wenn welche Geldnöte haben von den B-Promis, dann sollen sie es gerne machen, aber bitte, also ich nicht, nein. Ich finde es ja immer wieder lustig, wenn viele darüber so diskutieren. Viele sagen immer, ist das eklig, gucke ich nicht, weißt du, aber alle unterhalten sich darüber. Jeder diskutiert am nächsten Morgen, jeder diskutiert dann so am nächsten Morgen drüber, ey, geil, hast du gesehen? Ah, wie ich dich nicht gefressen habe. Weißt du, aber alle sagen, ne, ist eklig, gucke ich nicht. Aber am nächsten Tag weiß jeder, was gelaufen ist. Das ist fantastisch. Ist immer wieder ein Phänomen. Ich meine, wir haben keine Ausnahme, ich gucke das auch. Ja, aber ich weiß, dass es eklig ist. Alter, wie viele Bäume hier sind. Das ist ein richtiger, idealer Ort, um hier was aufzuschlagen. So ein neues Camp oder sowas. Und wir sollten uns auf jeden Fall mal jetzt mal so langsam... Was ist da hinten? Ist das schon das große Meer? Das Meer, Meer? Wir sind jetzt ganz schön weit weg von zu Hause und es ist das Meer. Und es ist das Meer und es ist eine Insel. Dahinten ist eine Insel, sehe ich gerade. Alter, das ist fantastisch. Und ich überlege, wir müssen alles hier rüberkarren. Das ist natürlich... Ja, das mit dem Umzug, das wird auch lustig werden. Das weiß ich jetzt schon. Das wird auch ein Highlight. Das wird auch so eine tolle Folge werden. Ich würde gerne da hinten auf der Insel wohnen. Oder da hinten, wo die zwei... Das ist wahrscheinlich wieder Schneegebiet. Also im Schneegebiet möchte ich, glaube ich, nicht rein. Also wenn schon, soll es... Soll es... Hier wäre doch nett. Hier wäre doch... Jetzt hier haben wir so einen kleinen See. Hier haben wir genug Platz eigentlich. Oder da hinten an dem Berg. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, bin ich ganz ehrlich, dass wir unsere alte Wohnung jetzt schon nicht mehr wieder finden werden. Soll mir egal sagen. Wir haben genug zu essen, genug Ressourcen erstmal mit, um auch unser Haus zu bauen und alles. Denn... Ja, wie sollte es anders sein? Wir müssen ein Haus bauen oder wir sollten ein Haus bauen. Denn ich möchte doch schon gerne... Hier ist auch schön. Hi, Schweinchen! Komm her! So. Das sieht das geil aus. Das ist aber voll fit. Ich wollte das auch mal übrigens mal in dem... Oha, Schweinchen! Schweinchen! Ich wollte das übrigens auch mal in dem Plastik-Textur-Pack mal ausprobieren, wie das da aussieht. So. Ich sammle erstmal hier die Schweine ein. Und die Kühe, weil das gibt ja... Das ist ja voll das Paradies. Voll das Schweine-Paradies. Hier, da ist ja schon wieder eins. Schweine-Paradies! Ich weiß gar nicht, da lacht noch mehr Fleisch. Und Schafe! Okay. Mäh, mäh, mäh. So. Ja, ein bisschen wandern. Wir sind schon lange nicht mehr gewandert, wohlgemerkt. Und ich sehe gerade, wir sind Level 20 schon. Obok, obok! Obok! Wo ist noch mehr Berg? Noch mehr Berg? Noch mehr... Berg? Theoretischerweise müssten wir eigentlich nur in diese Richtung gehen, um unseren Turm wieder zu finden. Ich hoffe, wir finden wieder zurück. Ich hoffe. Ich hoffe, wir finden zurück. Das ist... Oh Gott. So. Hallihop. Hallihop. Lalalalala. So, dann schauen wir mal, wo wir... Oh. Oh, da ist eine Höhle. Da ist eine Höhle. Und hier ist Lava. Ich weiß gar nicht, was ein Geräusch... Das ist, glaube ich, die Lava, die so komische Geräusche macht. Diese Blubber. Dieses Blubbern. Oh. Hallo. Ab in die Höhle. Ab in die Höhle. Oder? Doch, da ist eine Höhle. Eine Höhle mit Wasserfall. Oh. Okay, ich werde aber trotzdem erstmal versuchen, hier über den Berg mir einen kleinen Überblick zu verschaffen. Was da... Das ist ein Pferd. Ach so, ist ein Pferd. Ich dachte schon, was ist das denn? Da wächst ein Baum rein. Einen Überblick zu verschaffen. Wo wird da... Da ist auch eine Höhle. Da ist natürlich auch ideal, aber da sind wir so in dem... In dem... Äh... Da ist Kohle. So ein bisschen gefangen in dem ganzen... Wir müssen... Oh. Da rät nicht schon über der Schnee. Hmm. Aber hier sind nicht so viele Bäume, ne? Fällt mir gerade auf. Hier gibt es zwar viele Höhlen und alles, aber keine Bäume. Tja, dann schauen wir mal, wie das in die andere Richtung aussieht, da hinten runter. So. Achtung, nicht runterfallen. So. La, 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 la. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Resonanz auch bei Minecraft, dass da gesagt wird, hör mal du, die Musik ist so laut und, und, äh, uah. Sonst tolles Let's Play. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bedanke mich natürlich immer wieder. Bei jedem Einzelnen von euch. Ehrlich, jedem Einzelnen. Ich hab euch besonders lieb gewonnen. Alter, wie geil das aussieht. Ist ja der Wahnsinn. So, ist mal interessant, sich so ein bisschen so umzusehen. Wie riesig das Ganze doch ist. Ist ja unglaublich. Das sah von, von Weitem gar nicht so aus, nur wie so ein Berg und fertig. Ja? So. Ich glaub, da hinten ist schon wieder Dschungel. Und ich hab auch jetzt schon, bin ich ganz ehrlich, ich hab... Alter, da wohnen wäre doch Bombe, oder? Da haben wir genug Stein. Ja gut, mit Bäumen wäre ein bisschen problematisch, aber wir haben nebenan den Dschungel. Aber hier so im Tal zu wohnen wäre doch auch mal cool. Was ist denn da hinten? Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Ich bin mal mutig. Was ist denn da so dunkel? Ist das eine Höhle? Weil so viele Sachen zu entdecken ist ja unglaublich. Boah, krass. Dum, dum, dum. Ja, das ist ne... Das ist ne Höhle. Eine Höhle. Eine dunkle Höhle. Oh, da oben schon Zombie. Eine Höhle ist in der Nähe. Eine Höhle. Ich bin Kalos, der Rasenmeermann. Und wir haben eine Höhle gefunden. So. Ähm, hallo? Ähm, Buch? Okay, wir sollten vielleicht schleunigst jetzt hier aus der Schlucht raus, denn jetzt wird es dunkel und ich habe keine Lust jetzt hier gerade großartig hier irgendwo rum zu gammeln. Denn wir wollten uns ja ein schönes Plätzchen aussuchen. Ich fand das mit dem, mit dem kleinen See, wo wir vorhin waren, eigentlich schon gar nicht mal so schlecht. Das war schon, das war schon relativ geil. Obwohl, hier ist es auch gar nicht mehr. Schauen wir mal weiter. Vielleicht finden wir, hier wäre doch auch nett. Hier wäre doch wirklich nett. Aber wenn wir so eine kleine Siedlung bauen wollen, so irgendwie mit, mit allem Pipapo, so einen kleinen Bauernhof, da müssen wir schon ein bisschen mehr Platz haben. Würde ich mal behaupten. So ein kleiner See wäre schon ideal. Das stimmt. So, da hinten geht der Mond auf. Und ich schaue gerade mal. Ich glaube, wir müssen in die Richtung. Ich fand das, wie gesagt, gar nicht mal so schlecht, da wo wir gewesen sind. Das war so linksliegend, war das. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir sind. Und jetzt wird es dunkel. Und wir werden nie wieder nach Hause finden. Um unsere Sachen wieder zu bekommen. Und davon bin ich fest von überzeugt. So. Ja, nein, wir sind von da hinten gekommen. Von ganz weit da hinten. Wir müssen auch auf diesen scheiß Enderman jetzt aufpassen. Verdammte Axt. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass wir jetzt hier... Und wir sind auf jeden Fall da hinten, wo die Schafe sind, sind wir lang gelaufen. Da war schon Skelett. Ich habe es gerade gesehen. Genau. So, dann sind wir hier, glaube ich, auch lang gelaufen. Und hier in der Nähe war, glaube ich, auch dieser Ort, wo wir... Creeper. So. Ich würde das gerne wiederfinden. Das war echt ein geiler... Oder war das hier? Ist es hier vielleicht? Ne, das ist schon wieder ein anderer See. Oder? Tatsache, das gibt es doch gar nicht. Ich bin nicht wieder nach Hause. Eine Spinne. Ihhh, sind die eklig. Ihhh, ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. La 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 la. Oh, ein Skelett. Ja, hallelujah. Halleluja. So, Gott sei Dank. Oh Gott, wo sind wir? Ich verlaufe mich hier. Oh, wir sollten vielleicht was essen. So, ähm... Oh Gott, ich werde doch nie wieder zurückfinden. Ähm... Halt die Schnauze. Blöder Köter. So. Ich werde nie wieder zurück... Ich werde nie wieder... Ich werde das nie wieder finden. Was für eine geile Stelle da soll. Und ich werde nie wieder finden, wo ich zurückkomme. Ich habe nur die Hoffnung, dass wir irgendwann unseren Turm sehen. Den wir irgendwann mal gebaut haben. Das war so meine... Das ist so meine letzte Hoffnung. Dass das, ähm... Wir den... Den Turm sehen. Oh, das ist aber schick. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wiesenswimmingpool. Geil. Cool. Und jede Menge Bäume. Und Kühe. Wohlgemerkt. Die sollten wir uns vielleicht mal einzäunen. Ich finde es hier gar nicht mal so schlecht. Die Ecke. Das ist richtig gemütlich. Mit vielen Bäumen. Also... Über Bäume und so können... Uah... Können wir uns nicht beklagen. La, 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 la. Oh Gott. Uah, 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 uah. Geh weg, geh weg. Uah. Ah, geh weg, du hässlicher, kleiner Furz. Geh weg. Geh weg, du hässlicher, kleiner Furz. So. Oh Gott, ich werde doch nie wieder nach Hause finden. Ich werde nie wieder nach Hause finden. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ähm... Ach, der ist immer noch hinter uns, der kleine Furz. Das gibt es doch nicht. Guck. Ah, ja. Geht alle weg. Ihr seid alle so hässlich. Ihr seid so hässlich. So hässlich, hässlich, hässlich. Ihr seid so hässlich wie die Nacht. Ihr seid so hässlich, hässlich, hässlich. Mann, wer hätte das gedacht? So. Alter, das gibt es doch nicht. Ich werde doch nie wieder mein... Ich will nach Hause. Wir werden nicht wieder unseren Tourmeter finden. Nie wieder. Nie wieder. Ich müsste echt mal ein Aussichts... Alter, dieser kleine Wurm, der geht mir so auf den Sender gerade. Papi hat gesagt, ich muss dich aufessen. Uah, uah. Papi sagt, ich muss essen. Ähm, ich brauche echt einen Aussichtspunkt. Ich finde hier sonst nie wieder... Ich habe mich jetzt, glaube ich, total verlaufen. Ich glaube, ich werde nie wieder meine... Psst. Was? Was war das? Was ist das? Sehe ich das richtig? Zivilisation! Zivilisation! Zivilisation, ja! Geil! Wir haben Zivilisation gefunden. Ich brauche auch Wasser! 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 Hallo! Hallo! Endlich unter Menschen! Hallo! Hallo! Wie geht's denn so? Alter, du kleiner Wurm! Alter, du kleiner Wurm! Ähm, darf ich hier kurz übernachten? Ich, ähm... So, ich habe keinen Blastenschimmer. Ich, ähm... Alter, mit dieser spannenden Folge entlasse ich euch in einer kleinen Pause. Und wir sehen uns hier nicht wieder. Dann geht's weiter mit Zivilisation! Zivilisation!